Guten Morgen, Goldlöckchen, Mensch. Guten Morgen, sag einmal. Das ist ja auch wieder eine wilde Sause auf deinem Kopf. Du, das ist aus gutem Grund eine wilde Sause aus meinem Kopf. Ich hatte, glaube, eine der schlimmsten Nächte der letzten Jahre. Ja, es war ganz, ganz schlimm. Aber erzähle ich dir gleich nach unserem Intro. Ja, ist nicht dein Ernst. Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir in Teufels Küche. Teufels Küche, der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages. Nägel schön geölt, können wir losstarten? Nagelhaut schön geölt, das heißt, ja, ich höre dich sehr gut. Wer jetzt gut schmiert, der gut fiert, sagt der Kölner. Sag mal, wusstest du, dass man, wenn man Dosen aufmacht, also so Getränkedosen, dass man eigentlich den Deckel, also das oben, wo man dann raus trinkt, dass man das erst mal sauber machen sollte? Naja. Hast du das schon mal gehört? Ja, natürlich. Aber das kann man sich ja auch denken, weil, weiß Gott, durch wie viele Fabriken und Maschinen das gegangen ist. Aber wenn du danach gehst, ich traue auch keiner Restaurantgabel. Und an der Stelle können wir ja auch mal über meine größte, über meinen größten Ekel der Welt reden. Den größten Ekel der Welt, wo ich keine Gnade kenne, wo ich wirklich wütend werde, sind wiederverwendbare Strohhalme. Aber ich habe auch zu Hause wiederverwendbare und ich habe dann auch so einen Strohhalmreiniger dafür, weißt du, so ein, doch. Also, ich habe irgendwann mal eine Reportage gesehen, ich glaube, das war sogar Galileo, da haben sie wiederverwendbare Strohhalme mal getestet. Den Keimwert da drinnen, nach Spülmaschine, nach Pfeifenreiniger, also dieses Bürstchen. Genau. Und es ist einfach ekelhaft. Am schlimmsten sind natürlich die aus Metall, wo man gar nicht sieht, wie viel Knitterknatter noch da drinnen hängt im Gang. Aber die aus Glas ekeln mich genauso an. Also ich finde es einfach nur ekelhaft. Und ich sage dir sogar mal, wie empfindlich ich da bin, wenn ich in einem Restaurant etwas bestelle, ein Getränk, sage ich immer, bitte keinen Strohhalm da rein machen. Und sollte da doch ein Strohhalm drin sein, kann ich dieses Getränk nicht mehr trinken, dann brauche ich ein komplett neues. Nein. Und neulich, doch. Wirklich. Und das ist vor einer Woche oder vor zwei Wochen, war ich mit meiner Managerin, mit der Chef und einer Mitarbeiterin, waren wir in, wo hatten wir denn eine Show? In Stuttgart waren wir, in meinem geliebten Stuttgart und wir waren frühstücken und dann habe ich einen Eiskaffee bestellt und habe gesagt, bitte keinen Strohhalm da rein packen. Dann kam dieser Eiskaffee und es war ein Glas Strohhalm drinne und dann habe ich gesagt, ich habe mir einen ohne Strohhalm bestellt, können Sie mir bitte einen neuen bringen? Da rollt sie mit den Augen, bringt den Eiskaffee zurück an die Theke und sagt zu dem Personal, ihr müsst bitte einen neuen machen, die möchte das nicht mehr trinken. In dem Moment gucken mich diese zwei Barista von der Theke aus an, die haben sich so richtig über die Theke gelehnt, um mich zu sehen, weil die sich wahrscheinlich gedacht haben, wo ist dein scheiß Problem? Hol den Strohhalm raus und sauf den Kaffee. Ich wollte einen neuen haben und dann war mir das auch wirklich schon so ein bisschen unangenehm, aber ich hatte ja meine Moral- und Ethik-Apostel mit dabei, die Chef. Wenn du eine moral-ethische Frage hast, ob etwas in Ordnung ist oder nicht, immer meine Managerin fragen. Ich sage immer, die hat die Bibel studiert, so nach dem Motto. Die ist immer sehr, sehr mit der absoluten… Und nach der leben wir auch. Ja, die ist die absolute Vernunft in Person. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, jetzt zerreißen Sie sich das Maul wegen meiner Strohhalm-Allüre. Und dann hat sie gesagt, nein, du hast gesagt, du möchtest einen Eiskaffee ohne Strohhalm. Sie haben dir einen gebracht, also machen Sie jetzt einen neuen. Und sie hat lange in der Gastro gearbeitet, deswegen hat sie da auch nochmal einen anderen Blickwinkel. Aber ich kann nichts trinken, wo dieser wiederverwendbare, ekelverkeimte Strohhalm drin war. Ekelhaft, ekelhaft. Aber das können ja auch Gastromitarbeiterinnen nicht nachvollziehen. Also das könnte… Ich komme ja auch aus der Gastro. Ich hätte nicht verstanden, was jetzt das Problem an einem Strohhalm ist. Ich wäre da nie drauf gekommen, dass du irgendwelche… Dass du so ein Michael-Jackson-Thermophobe bist, weißt du? Da wäre ich nicht drauf gekommen. Bin ich auch gar nicht. Ich fresse ja auch in Vietnam am Straßenrand. Und das hat ja auch keine intelligente, adäquate Erklärung, warum ich das nicht mag. Das ist einfach eine Neurose. Ja, eine Neurose. Ich habe mir da einen Narren dran gefressen. In dem Moment, wo dieser Strohhalm im Getränk war, sind die Keime aus dem Strohhalm rausgegangen. Und im Café, also für alle, die mich fragen, was ich in Vietnam gegessen habe, da haben wir am Straßenrand gegessen. Von Tellern oder wir haben allgemein Essen gegessen, was in Bottichen am Straßenrand gespült wurde, wo vorher noch die Ratten reingepisst haben, so nach dem Motto, hat mich nicht gestört. Es gibt viele Sachen, die mich nicht stören, aber dieser Strohhalm, das ist meine Neurose. Hast du sonst noch Neurosen, von denen ich nichts weiß, die ich vielleicht wissen sollte? Ich muss sagen, seit Covid wasche ich mir öfter die Hände, aber ich glaube, so geht es vielen Leuten. Wir sind uns ja erstmal bewusst darüber geworden, wie viel Keime immer an Händen sind. Also ich wasche mir schon oft die Hände. Was ich mir zum Beispiel auch angewöhnt habe, ist, wenn ich Kleinkinder, also Freundinnen mit Kleinkindern oder die auch mal auf den Arm nehme oder dann so Gucci-Gucci streichele. Ich wasche mir vorher immer die Hände. Erstmal das Kind waschen. Erstmal das Kind desinfizieren. Erstmal das Kind desinfizieren. Wenn ich in einen Haushalt gehe, wo ein Kleinkind drin ist, da wasche ich mir vorher die Hände. Das habe ich, glaube ich, vorher auch nie so gemacht. Das sollte selbstverständlich sein. Und was ich mache ist, Dr. Emi hat es uns vor Augen gehalten, mein Handy desinfizieren einmal am Tag. Weil das Handy ist schon, das ist schon speckig. Am Handy hängt schon viel Dreck dran und viel Keime. Ich habe zum Beispiel auch meinen Laptop eben desinfiziert. Mal wieder nach zwei, drei Wochen mal kurz mit Sakrotan drüber gezischt, gepfeffert. Also ansonsten bin ich überhaupt kein Dermaphobe. Ganz im Gegenteil. Ich halte mich für eine Dreckige. Aber ich ziehe zum Beispiel auch Socken zweimal an, wenn ich unterwegs bin. Ich trete Schlüppe auch immer nochmal um. Nein, Unterhosen. Ich wechsle meine Unterhosen manchmal sogar zweimal, wenn ich abends ein anderes Ausfit anziehe. Aber ich trage ja meistens Strumpfhosen, auch die wasche ich nach einem Mal. Aber es kann schon mal sein, dass ich Füßlinge, wenn ich unterwegs bin, dass ich die noch ein zweites Mal anziehe. Ja, ihr könnt mich jetzt eklig finden. Hauptsache kein Strohhalm im Eiskaffee. Trägst du die, trägst du eine Unterhose unter der Strumpfhose? Ja, aber ich trage keine Unterhosen, wenn ich ein Body anziehe. Ah. Ich muss unter der Strumpfhose eine Unterhose anziehen, weil die Strumpfhose ist ja aus Nylon, also Synthetik. Ich würde dann irgendwie schwitzen zwischen den Po-Backen. Deswegen habe ich da immer ein String an. Allerdings unter einem Body ziehe ich keine Unterhose an und unter Shapewear nicht, weil die sich sonst einfach abzeichnet. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht logisch, aber bei einer Strumpfhose wäre es mir unangenehm. Zumal ich ja auch Strumpfhosen anziehe, wenn ich Kleider und Röcker anziehe. Und falls da was hochfliegen sollte, würde man das sehen. Aber unter einem Body nie. Das wäre dann so doppelt gelayert, das mag ich nicht. Und unter einer Shapewear, das ist viel zu eng. Da rollt die sich drunter irgendwie und dann kriegst du es nicht mehr glatt gebügelt. Sag mal, wenn wir schon bei Klamotten angekommen sind, wie entscheidest du denn, was du auf Tour trägst? Überlegst du dir das schon, bevor die Tour losgeht, das werde ich alles tragen auf Tour oder machst du das spontan? Nein. Weil meine Füße jetzt wieder so entzündet sind. Jetzt schon? Heavy? Aber du trägst ja nicht jeden Tag im Prinzip, ne? Du hast ja zwei, drei Mal die Woche an, oder? Nee, aber für die, die es nicht wissen, ich habe seit zwei Jahren eine chronische Entzündung bei den Bändern. Links am Fuß mehr als rechts. Das ist durch den Skiurlaub gekommen und seit zwei Jahren schleppe ich das mit mir rum und da wurde alles gemacht. MRT, Physiotherapie geschehen, bla bla bla. Das müsste operiert werden und ich dürfte eigentlich keine High Heels mehr tragen und ich habe jetzt während der Tour viel High Heels getragen. Und dementsprechend schmerzen meine Füße. Also ich war gestern lange spazieren mit meinen Freundinnen und ich habe es echt gemerkt, dass meine Füße dicker werden. Und jetzt kann ich leider bei den letzten drei Shows keine High Heels mehr tragen. Dementsprechend ändert sich natürlich auch mein Outfit, weil ich jetzt flache Schuhe trage. Ist aber gar nicht so schlimm, weil wenn ich bequeme Sachen auf der Bühne trage, das ist schon geil. Ich kann mich dann schon freier bewegen und hin und her laufen und mal runter ins Publikum und so. Aber für mein Auge sind High Heels natürlich schön, aber ne, ich habe keine Kostüme. Ich überlege mir keine Garderobe. Spontaneously. Wenn du gerade von entzündeten Bändern und Co. sprichst, das ist der Grund, warum ich so eine Horrornacht hatte. Das Karma, das hat mich gefickt, ich kann es einfach so sagen. Du hast letzte Woche davon erzählt, wie ich bei mir im Gym meine Trainerin gedemütigt und gepeinigt habe. Und ich war ja nicht mehr seitdem, weil ich ja zwischendrin auch krank war und keine Ahnung was. Ich war nicht nur nicht im Pilates, ich war auch nicht mehr im Gym. Und jetzt war ich nach zwei Wochen wieder im Gym und fühlte mich wieder stark genug, meine normale Routine durchzuziehen. Und irgendwie nach zehn Minuten, als ich ein Seitheben gemacht habe, das heißt, du nimmst Gewichte, rechts und links, Freihantelgewichte und ziehst die Schultern dann, die Arme hoch. Das ist für Nacken und für Schultern. Auf einmal macht es ein Krick und ich spüre das und das ist wie so ein Schuss in meinen Nacken rein. Und auf einmal konnte ich mich nicht mehr bewegen. Der komplette Körper war wie paralysiert und ich so, scheiße, habe ich es jetzt geschafft? Bin ich jetzt querschnittsgelähmt? Das gibt es doch nicht von diesen Scheißhandeln. Und so nach ein paar Sekunden ging es wieder, aber ich konnte meinen Kopf nicht mehr rechts und links drehen. Und der ist, das war gestern Abend am Sonntag, nee, gestern Mittag am Sonntag. Und jetzt haben wir Montagmittag und ich kann immer noch den Kopf nicht richtig drehen. Das ist ein großes Problem. Ich habe mir den Nerv eingeklemmt, der von Wirbelsäule zu Schulter läuft. Das ist ein sehr, sehr großer Nerv auf dem Rücken. Und bin auch direkt heute Morgen um 9 Uhr... Wo läuft der lang? Der läuft... Na, von... Unterm Schulterblatt? Genau, unterm Schulterblatt läuft er durch. Einmal so schön längs quer. Und den habe ich mir eingeklemmt und dann war ich gerade heute Morgen schon spontan bei der Notfallphysio. Und der hat mich eine Stunde durchgeknetet. Und ja, ich kann mich kaum bewegen. Ich bin dann auch mit dem Auto hingefahren, weil ich irgendwie... Uber war unglaublich teuer. Und ich sagte, okay, ich fahre mit dem Auto selbst hin. Und konnte keinen Schulterblick machen. Und musste mich dann immer mit dem kompletten Körper von rechts nach links drehen, um irgendwie was im Spiegel zu sehen. Oder zu gucken, dass ich keinen Radfahrer überfahre. Was ja in Berlin wirklich passieren könnte. Hier sind ja mehr Radfahrer als Autos unterwegs inzwischen. Auf jeden Fall war das das Karma, das zurückgeschlagen hat aus dem Gym. Und ich habe mir gedacht, okay, ich werde keine Pilates-Trainerin mehr anpupsen. Es hat sich erledigt, ja. Aber ich kenne den Schmerz. Wenn ich Rückenprobleme habe, habe ich ja auch immer nur diesen Nerv unterm Schulterblatt. Und ich kann dann auch meinen kompletten Kopf nicht mehr bewegen. Richtig schlimm. Also der hat jetzt bei der Physio, der hat schon ein bisschen wirklich ein paar Blockaden lockern können. Das ist ja auch ganz, ganz schlimm. Kennst du diese Videos von irgendwelchen Chiropraktikern, die dann den Kopf nehmen und so, als würden sie das Genick brechen. Da habe ich ja auch so Angst vor. Da habe ich so Angst vor. So große Angst. Und das versucht er jedes Mal, weil ich immer irgendwelche Blockaden im Nacken habe. Und jedes Mal will er diesen Move an mir machen. Und ich verkrampfe in dem Moment so, ich kann das nicht abstellen. Ich verkrampfe so, dass er sagt, okay, brauchen wir gar nicht versuchen. Geht gar nicht. Okay, gut so. Brauchen wir gar nicht versuchen. Du hör mal. Das hat er heute gemacht. Ich hatte das ja auch vor zwei, drei Wochen während der Tour in Leipzig. Genau diesen gleichen Nerv unterm Schulterblatt. Ich habe ja immer mit diesem Nerv zu tun. Hast du mich vom Schulter gezogen oder was? Nee, Ibupro. Achso, wegen meinen Brüsten. Achso. Wegen meinen Brüsten habe ich das ganz schlimm. Und wenn ich Kummer und Sorge habe, kriege ich auch immer unterm Schulterblatt Rückenschmerzen. Immer. Das ist bei mir immer ein Zeichen dafür, dass mich gerade irgendwas mental belastet. Auf jeden Fall, ich bin ja dann, habe ich ja die Shows geschafft mit Ibuprofen. Das war auch okay. Und dann bin ich ja hier zu einem Chiropraktiker gegangen, der das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Und ich war letzte Woche bei der Show von Bülent Ceylan in Koblenz. Liebe den. Er hat ja den gleichen Tourveranstalter wie ich oder umgekehrt. Und er nimmt ja auch immer seinen eigenen Physiotherapeuten mit auf Tour. Smart. Und dann waren wir Backstage und durften dann auch vom Catering essen, weil ich kannte ja den größten Teil der Crew. Und dann habe ich das seinem Physiotherapeuten irgendwie so nebenbei erzählt, dass ich da vor die Woche auch mich habe behandeln lassen und so. Dann hat er gesagt, komm mal mit ins Behandlungszimmer. Dann sind wir, meine Freundin und ich, mitgegangen. Und dann hat der mich auch nochmal eingerenkt und so richtig auch am Bein gezogen, den Steiß eingerenkt und so weiter und so fort. Und ich habe auch immer panische Angst, weil ich habe schon, also ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht, gehört, dass wenn sowas schief geht, kannst du ja irgendwie die Wirbelsäule schrotten und am Ende bist du gelähmt oder so. Ja, genau. Panik habe ich davor. Und er hat dann auch nochmal Knack, Knack gemacht. Tat richtig gut. Gut, also, der Physiotherapeut von Bühlen, Ceylan, hat meinem Rücken echt Gutes getan. Und jetzt habe ich bestimmt wieder drei, vier Monate Ruhe und hoffe, ja, dass das nicht so schnell nochmal wiederkommt. Ja, aber was ist denn die Moral von der Geschichte? Brüste ab, weg damit, kleiner machen? Ja, ich will ja sowieso meine Brüste verkleinern lassen. Ich rede ja schon seit zwei, drei Jahren davon, dass ich meine Brüste… Dann mach das doch einfach mal. Ich weiß. Nimm dir doch mal die Zeit für dich. Ich weiß, aber das ist wieder eine Operation, es ist wieder heilen und… Naja, aber das ist ja wirklich, das ist ja eine medizinisch Notwendige auch mal jetzt, ne? Geht's ja nicht nur um die Schönheit, ne? Ja, die ich trotzdem selber zahlen muss. Das ist auch eine finanzielle Geschichte, ne? Echt? Aber wie wäre das denn jetzt, wenn deine Brüste von Natur aus so riesig wären? Müsstest du es dann auch selbst zahlen? Die meisten, die ich kenne, mussten das selber zahlen, weil, wenn du das von der Kasse bezahlt haben möchtest, musst du ja, weiß Gott, was für Anträge und Anträge und nochmal für Anträge und psychologische Gutachten vorweisen. Also, Candy, bis die Krankenkasse mal was zahlt… Hör mal, ich hab diese Rechnung vom Chiropraktiker… Das brauchst du mir nicht sagen. Die waren nicht ohne. Das brauchst du mir nicht sagen, die Krankenkasse. Ich hab die eingereicht, diese Rechnung, und hab gehofft, dass sie mir zumindest einen Teil erstatten, das haben sie direkt abgelehnt. Die gesetzliche Krankenkasse hat nichts von dieser Behandlung beim Chiropraktiker bezahlt. Was hast du ja bezahlt, die Stunde? Ja, 120 Euro. Ah ja, okay. Was sagst du zu 120 Euro? Ich hab so mit 80 gerechnet. Ja, 80 ist so eher in dem Feld, dass ich bezahle. Aber Berlin ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen günstiger wahrscheinlich als irgendwo auf dem Land oder woanders in Deutschland. Ich finde 120 Euro trotzdem voll okay, weil das ist jemand, der Menschen hilft, der sein Handwerk versteht. Das ist ja eine lange Ausbildung, die auch wirklich mit sehr viel Verantwortung dahergeht und man wirklich schnell Hilfe bekommen kann. Und dann bei dir war es ja auch mehr oder weniger ein Notfalltermin. Also es ist ja jetzt nichts, wo du sagst so, ach ja, wir können mal drei Monate warten. Ich warte jetzt auf einen Termin. Daher sind 120 Euro, wären mir auch nicht zu viel. Würde ich auch bezahlen, hätte ich kein Problem. Also wenn ich zum Beispiel so wie heute einen Termin habe, wo ich sage so, hey, kannst du irgendwie in den nächsten zwei Stunden, schaffst du es, mich reinzuschieben, dann kriegt der aber 20 Euro Trinkgeld von mir. Das weiß du aber. Ja, voll korrekt. Das ist es mir schon wert. Hallo, mein Name ist Nicolette und zu meinen Hobbys gehört Lesen, Reiten, Malen und regelmäßig meine Versicherungen checken, ob die noch aktuell sind und zu den marktüblichen Tarifen passen. Ja genau, said no one ever. Wenn auch du lieber deine For You Page statt deinen Versicherungen updatest, dann überlass den Versicherungskram doch einfach den Expertinnen von Clark. Denn mit Clark hast du all deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Als dein Versicherungsmakler überprüft Clark regelmäßig, ob du alle Versicherungen hast, die du brauchst und zeigt dir, wo du Geld sparen kannst oder wo du noch mehr Leistungen rausholen kannst. Dafür durchforsten und vergleichen die Versicherungsexpertinnen von Clark tausende Tarife, um genau den zu finden, der am besten zu dir und deinem Lifestyle passt. Damit Clark als dein Versicherungsmakler auftreten kann, das heißt zum Beispiel Verträge für dich kündigen und neu abschließen, erteilst du ihm ein Maklermandat. Das heißt aber gleichzeitig, dass dieses Mandat von deinem alten Makler an Clark übergeht, falls du schon jemanden hast. Das ist nichts, was sich Clark ausgedacht hat, sondern ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche. Du kannst deine Vollmacht zum Maklermandat aber natürlich jederzeit kostenfrei widerrufen. Also wenn du jetzt Bock bekommen hast, deine Versicherung aufs nächste Level zu bringen, dann hol dir jetzt die kostenlose Clark-App, lade zwei bestehende Versicherungen hoch, die du schon hast und sichere dir on top einen Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro für Brands wie Apple, Douglas, Ikea und so weiter. Unser Code für die Clark-App ist TEUFEL34. Gib den ein und hol dir deine Shopping-Gutscheine. Viel Spaß damit. Jetzt wollte ich irgendwas anderes noch erzählen, aber hab's vergessen. Naja, also jetzt nochmal dein Resümee. Du hattest eine schlaflose Nacht, weil du so dich verknackst und verkorkst hast und Schmerzen hattest. Genau, es war ganz, ganz furchtbar. Es hat gar keinen Spaß gemacht. Gestern Abend, nachdem ich da im Gym war, hatte ich hier nochmal Halligalli. Denn meine Mädels sind vorbeigekommen zum Siedlerspielen, wie jeden Sonntag. Krass. Genau, und ich hab schon wieder verloren. Ich weiß nicht, was, irgendwie ist der Wurm drin. Ich verliere nur noch beim Siedlern. Es macht mir schon gar keinen Spaß mehr. Ich will dich schon gar nicht mehr einladen. Ich so, nein. Ihr könnt jetzt ohne spielen. Beleidigte Leberwurst. Beleidigte Leberwurst. Weil nicht gewinnen macht keinen Spaß. Bin ich einfach so. Ich gewinne gerne. Dann hab ich noch Pressefotos gemacht mit den Mädels. Die haben mir geholfen. Eine war Kameramann. Einer war Geist. Hat sich jemand als Geist verkleidet mit einem Bettlaken. Und einer hat das Licht gehalten. Und dann haben wir doch draußen bei Nacht auf der Tischtennisplatte Fotos gemacht. Für meinen kommenden Release von meinem neuen Song. Und das alles mit steifem Nacken. Also ich hatte volles Programm. Und jetzt bin ich hier und nehme den Podcast mit dir auf. Also das waren meine letzten 24 Stunden. Aber lass uns nochmal kurz beim Gym bleiben. Ich hab mir das nämlich hier aufgeschrieben. Es ist mir etwas beim Gym passiert. Denn zwei Tage bevor das jetzt mit dem Nacken passiert ist. Das ist mir noch nie passiert. In meinem ganzen Leben ist mir das noch nie passiert. Das ist was Schönes. Das ist wirklich was Schönes. Ich sitze wieder bei diesem Freihandelbereich auf meiner Bank drauf. Und stamm mich gerade selbst mit Spiegel an, weil ich mich so schön finde. Und es ist aber auch sehr schönes, gedimmtes Licht dort. Weißt du, das ist ein großartiges Licht. Da sieht man einfach gut aus. Und bin gerade so voll aufgepumpt. Und bin gerade am Handy während meiner Trainingspause. Und bin, keine Ahnung, gucken mir irgendwelche Jungs auf Instagram an. Und dann auf einmal klopft das auf meine Schulter. Und ich drehe mich um. Ich bin total erschrocken. Wer klopft mir denn auf die Schulter? Weil ich hab natürlich Kopfhörer drin, wie jeder dort und höre nichts. Ich nehme die Kopfhörer raus. Und es ist irgendein wildfremder Typ, den ich noch nie gesehen habe. Er grinst mich an und sagt, du, das ist jetzt keine Anmache. Nimm es als Kompliment. Du bist ein unglaublich schöner Mann. Und der hat das gesagt. Und ich gucke ihn an. Und ich hab meinen Ohren nicht trauen können. Ich so, was hat er jetzt gesagt? Ich so, was? Er so, du bist ein unglaublich schöner Mann. Und ich so, oh mein Gott, Dankeschön. So echt. Und in dem Moment, Dankeschön. Und in dem Moment, wo ich Danke gesagt habe, hat er schon seine sieben Sachen gepackt und es abgehauen. Der wollte halt gar nicht gucken, was meine Reaktion ist. Weil ich glaube, das hat denen so viel Mut irgendwie gekostet, das zu machen. Ja. Und das hat den ganzen Tag und eigentlich die ganze Woche noch in mir nachgewirkt. Weil ich hab dann fast angefangen zu heulen tatsächlich, weil das mich so berührt hat, weil das mir noch nie einfach so ein wildfremder Mensch gesagt hat. Also das ist ja eine Sache, wenn das deine Community, die dir wohlgesonnen ist, die dir folgt, weil sie dich toll findet, pipapo, das sagt. Und es ist aber nochmal was anderes, wenn jemand dich in deinem Workout stört sozusagen oder dich unterbricht und sich selbst die Zeit nimmt und so ein Herz fasst und das so von Auge zu Auge sagt. Das ist ziemlich krass und hat mir sehr imponiert. Und ich dachte dann, ja, das ist genau das, was ich immer sage, in den USA ist es gang und gäbe, dass man sich gegenseitig Komplimente gibt. Und die sind dann auch oftmals nicht so wirklich, die haben nicht so viel Gewicht. Aber es ist trotzdem was Schönes. Aber wenn das in Deutschland passiert und ein deutscher Mann sowas macht, wie süß ist das denn? Ich habe den dann tatsächlich nicht mehr gesehen während meines Trainings. Also ich gehe davon aus, dass der einfach gewartet hat, dass er mich wahrscheinlich schon länger beobachtet hat und dann am Ende seines Trainings sich ein Herz gefasst hat und gedacht hat, okay, ich mache das Ganze am Ende, wenn ich auch wirklich schnell abhauen kann danach. Weil du weißt ja nicht, wie dein Gegenüber reagiert. Also ich glaube, es war für ihn sehr offensichtlich, dass ich auch auf Männer stehe und daher ist da die Hemmschwelle schon mal geringer. Stell dir mal vor, du gerätst an irgendwie so einen, der das nicht so cool findet. Weil? Stell dir mal vor, ich wäre jetzt nicht schwul und ich wäre irgendwie so aufgewachsen, dass ich Schwule scheiße finde. Und dann kriegst du ein Kompliment von der Mann. Weißt du, es gibt ja so Männer. Ja, ja, ja. Und dann, und dann, das ist glaube ich halt nochmal eine andere Hemmschwelle, als wenn ein Mann eine Frau anspricht oder umgekehrt, wo man in 90 Prozent der Fälle von ausgehen kann, dass sie heterosexuell sind und aus anderer Geschlecht stehen. Aber bei gleichgeschlechtlichen Menschen ist das halt nochmal so eine andere Hemmschwelle, finde ich. Weil du immer die Gefahr hast, dass der andere gar nicht auf Männer steht. Voll. Also ich will auch nicht so tun, als wenn ich nicht von diesem Planeten bin. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwo da draußen so einen richtigen, so einen richtigen Bastard gibt. Wenn der ein Kompliment von einem anderen Mann bekommt, steht er auf und fragt, bist du schwul? Bist du schwul? Aber in meinem, in meinem Kosmos sind das so schöne Komplimente, die man sich untereinander geben kann, da ich das gar nicht wahrhaben möchte. Aber ja, du hast natürlich recht. Ich muss jetzt hier nicht so tun, als wenn es sowas nicht geben würde. Ich finde das halt immer ganz, ganz toll. Und ich finde das ja auch schön, wenn einen das so beflügelt wie bei dir, wenn man da einen schönen Tag hatte. Total, das hat mir wirklich den Tag gemacht. Also ich bin durch die Gegend gelaufen und ich habe da so viel dran denken müssen. Machst du jetzt das, die Kopfhörer rein? Nein, ich habe gerade nur gewechselt. Achso. Aber das hat funktioniert? Nein, ich habe gerade, ich habe ja immer nur einen im Ohr. Guck. Ich habe gerade den linken reingemacht und den rechten raus, weil der rechte mir irgendwie unangenehm ist. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ja, wie gesagt, das fand ich sehr schön und deswegen auch Aufruf an alle Leute da draußen. Macht doch einfach mal jemandem ein Kompliment. Voll. Da tut ihr nicht nur der Person was Gutes, sondern das macht auch was mit euch so ein bisschen. Ja, ja, ja. Das holt euch wieder aus der Komfortzone raus. Es ist ein schönes Gefühl für beide Parteien. Und ja, Überwindung, sich mal wieder überwinden, was zu machen. Ich sage immer, dass Menschen, die selbstsicher sind und selbstbewusst sind, die erkennst du an einer Sache, nämlich, dass sie anderen Menschen immer ein gutes Gefühl geben in ihrer Gegenwart, ohne dass sie viel sagen müssen. Selbstbewusste Menschen haben diese Gabe, eine krasse Energie zu verteilen, wenn sie in einen Raum kommen. Und zwar so, dass sich alle anderen drumherum auch toll fühlen. Dann hast du es mit einem selbstbewussten Menschen zu tun. Das ist der Oberknaller. Sag mal, wollen wir darüber sprechen, dass ich irgendwie, wie auch immer das kam und die Frage, die ist berechtigterweise sehr oft gestellt worden, wie ich im Trash-TV gelandet bin? Naja, also wir haben ja letzte Woche irgendwie noch nicht so richtig, ich habe es ja nur angesprochen. Wir haben es vergessen. Aber du kamst ja, du, ja, okay. Also jetzt, du bist aktuell in einer Fernsehshow zu sehen, die heißt The 50. Nicht mehr, aber ja. Ja, ja, The 50. Erklär uns doch mal das Prinzip der Serie. Ich habe nämlich noch nicht reingeschaut, aber Ausschnitte mit dir en masse gesehen. Das ist ja auch das Einzige, was, also es gibt ja nur diesen einen großen Ausschnitt von mir, mehr Screentime habe ich ja nicht. The 50, das ist eine Sendung bei Amazon Prime, die ist kostenlos, kann man sich angucken. Brauchst irgendwie auch, glaube ich, keinen Prime-Account dafür. Du musst also kein Abo abschließen. Glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Das sind, und jetzt kommt's, das ist das, warum die Leute auch so verwirrt waren. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, so, hä, was machst du bei dieser Show, warum bist du dabei, das hätten wir jetzt nie gedacht. Und liebe Leute. Das schreiben Leute? Ja, ja, ja. Weil? Das passt doch zu dir. Ach, die sind doch manchmal einfach alle so knalle. Also, ich finde nicht, dass The 50 zu mir gepasst hat. Jetzt passt's auf. Weil, das heißt The 50 und der Untertitel im Prinzip ist, die größte Reality-TV-Show aller Zeiten, deren Idee war, wie sie die 50 Leute zusammengekastet haben, die haben diese ganzen Trash-TV-Formate durchgekrastet und haben dort die kontroversesten Leute rausgeholt. Und ich dachte mir so, okay, ich habe aber eigentlich kein Reality-Trash-TV gemacht bisher. Wie bin ich jetzt hier gelandet? Also, was ist jetzt meine Berechtigung, hier mitzumachen? Die haben halt natürlich auch ein, zwei Leute aus der Social-Media-Welt mit reingenommen und nicht nur aus dem Fernsehen oder aus dem Trash-TV. Ja, aber Jenny Elbers war ja jetzt auch nicht in Trash-TV-Formaten zu sehen. Doch, ich glaube schon. Doch, die hat doch Promi Big Brother auch gemacht, oder? Ach so, ja gut, aber wenn du danach gehst. Das finde ich schon nicht, genau, das finde ich nicht allzu trashig. Trashig finde ich diese ganzen Love Island, Are You The One und sowas, das finde ich ganz, ganz, ganz schön trashig. Problem-Fernsehen. Problem-Fernsehen. Genau, weil da nur noch auf Krawall gecastet wird und das finde ich halt schade. Und das war halt bei The 50 auch so, die wollten halt natürlich so kontrovers wie möglich casten und das ist ihnen auch gelungen. Und ich muss sagen, als Zuschauer ist das natürlich, das ist im Prinzip die Olympiade des Trash-TV. Also wenn du diese Formate geil findest, dann ist das absolut dein Format. Die Idee des Ganzen ist, dass 50 Reality-TV-Stars, so nennen sie das, in einem Schloss in Paris oder im Pariser Umfeld gegeneinander antreten, in einer riesengroßen Arena. Und in dieser Arena müssen sie verschiedenste Spiele von Folge zu Folge, ist immer ein neues Spiel, gewinnen. Und es fliegen halt immer Leute raus, die das Spiel nicht gewinnen. So wie bei Squid Games, ja? Genau, so wie bei Squid Game im Prinzip ähnlich. Und in der ersten Folge haben 15 Leute oder 13 Leute das Spiel nicht gewonnen. Die sind im Spiel rausgeflogen. Und dann haben die Leute, die gewonnen haben, die weitergekommen sind im Spiel, die Möglichkeit, nochmal fünf Leute zu retten von den Verlierern. Das heißt, ich war jetzt bei diesen 13 Verlierern dabei in der ersten Folge. Ich bin natürlich in der ersten Folge sofort rausgeflogen, leider. Und wurde nicht gerettet, weil das alles, die kannten mich halt alle nicht. Das ist, diese Trash-TV-Leute, die sind ja eine Bubble. Die gehören ja irgendwie zusammen. Ja, die kennen sich ja auch meistens. Die kennen sich alle, weil die ja schon von Format zu Format gesprungen sind. Und das habe ich halt noch nicht gemacht bisher. Und dementsprechend hatte ich da keine Alliance. Ich hatte da irgendwie niemanden für mich sozusagen. Oder beziehungsweise nicht genug Leute, sodass ich dann gleich rausgeflogen bin. Aber das war auch okay, weil ich mit meinem Rausschmiss für den Lacher der Staffel irgendwie gesorgt habe. Weil du in der Tür hängen geblieben bist. Ich bin in der Tür hängen geblieben. Als man dann dieses Schloss verlässt, nachdem man rausgeschmissen wurde, das ist in einer Scheune, wo man rausgewählt wird. Und dann muss man die Scheune verlassen und ich laufe rückwärts aus der Tür raus, weil ich den Leuten noch winken möchte rückwärts. Und ziehe die Tür mit zu und muss dazu einen Schritt rückwärts aus der Tür raus machen. Da ist aber so eine sieben Zentimeter hohe Schwelle, über die man drüber muss. Und das habe ich nicht gesehen. Und mich hat das volle Kanne über diese Schwelle geschmissen. Habe aber noch die Tür in der Hand, die Türklinke. Ziehe also die Tür mir gegen die Schienbeine und falle auf den Boden, habe die Tür nicht mehr in der Hand. Und bin aber mit meinen Füßen so zwischen Türschwelle und Tür verhakt, dass ich da nicht mehr rauskomme. Und das war der Brüller, wirklich. Was im Fernsehen aussah wie zwei Sekunden, waren am Ende drei oder vier Minuten, wo wir uns nicht mehr eingekriegt haben vor Lachen. Es war so lustig. Aber sag doch mal, das ist ja schon vor Ewigkeiten gedreht worden. Ich hatte das ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich auch nicht. Das ist so ein bisschen wie bei First Dates gewesen, das habe ich auch schon wieder voll vergessen gehabt. Das war auch im August. Ja, die Kulisse, die da aufgebaut wurde, war das imposant? Sind das tolle Studios gewesen, die Sie da errichtet haben? Es gab keine Studios, es gab wirklich das Schloss. Und das Schloss war riesig, das war toll, es war so ein Chateau. Und dann gab es halt eine riesengroße Open-Air-Arena. Also das ist im Prinzip ein riesengroßes Viereck ohne Dach. Und das ist so groß wie ein halbes Fußballfeld, also wirklich riesig. Und dort drin finden diese Spiele statt. Also es war schon geil. Ich fand, ich muss sagen, ganz viele, also wie gesagt, da waren viele Leute, wo ich gedacht habe, scheiß, wo bin ich hier gelandet? Wirklich. Du wusstest nicht, der es daran teilnimmt, gell? Nein, genau, das ist auch, das ist die Sache, weil ganz viele gefragt haben, warum machst du bei so einem Format mit? Ich kann euch sagen, liebe Leute, wenn es ein neues Format ist, dann bekommt ihr nicht gesagt im Zweifelsfall, was das für ein Format ist, weil die einen Überraschungseffekt haben wollen. Das heißt, ich hatte halt den Call, so ja, wir haben hier ein richtig geiles Format, wo wir dich gerne dabei hätten. Es geht um Herausforderungen, es ist körperlich anstrengend, es ist ein bisschen was fürs Köpfchen, ein bisschen was Strategisches. Da habe ich gedacht, okay, geil, hört sich voll gut an, mache ich mit? Ja, klingt auch in erster Linie gar nicht mal so nach Trash, da hätte ich auch quasi, da hätte ich auch vielleicht mal genickt so ein bisschen. Genau, und dann habe ich gesagt, ja natürlich, let's do it, das war ganz cool. Dann habe ich noch gehört, in der Nähe von Paris im August, ich so, mega. Und dann komme ich da an und wie gesagt, ich wusste nicht, dass da 50 Leute sind, 50 Reality-Stars und ich komme dort an und sehe den Cast und denke mir, ach du Scheiße, das ist ja mein absoluter Albtraum. Wo bin ich hier gelandet? Das ist genau das, was ich die letzten vier Jahre mich erfolgreich drum gedrückt habe. Diese ganzen Anfragen habe ich immer Nein gesagt und jetzt bist du mittendrin im Größten von all diesen Formaten, die man überhaupt mitmachen kann. Und habe dann so kurz überlegt, wenn ich jetzt freiwillig gehe, dann muss ich meine Gage abgeben. Scheiße, dann hat das ja gar keinen Sinn gehabt. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt das Beste draus. Hatte tatsächlich auch irgendwie gar keine Screentime, weil ich mich so unwohl gefühlt habe mit einem Großteil dieser Menschen, weil die, man muss sagen, die Leute wissen genau, was sie machen. Die haben schon ein Format nach dem anderen gemacht, die sind auf Krawall gebürstet und die haben da auch wirklich sehr schnell schon Krawall gemacht. Und da fühle ich mich dann schnell unwohl. Wenn ich A, die Leute nicht kenne, dann sind das sehr viele Hetero-Männer, die laut und aggressiv werden können im Fernsehen. Und da fühle ich mich dann einfach unwohl. Und habe mich ein bisschen klein gemacht und hatte so ein, zwei Leute, mit denen ich mich nett unterhalten habe, aber habe mich so halt ein bisschen zurückgehalten, weil ich mich irgendwie noch nicht so gefühlt habe in dem Format. Und dementsprechend habe ich absolut keine Screentime. Man sieht mich, wenn man blinzelt, eigentlich gar nicht, bis eben dann auf diesen Rausschmiss. Aber der ist dann auch natürlich... Du weißt halt auch nicht, wer gewonnen hat, gell? Nee, das weiß ich nicht. Genau, das weiß ich nicht. Und die Sache ist, das ist eigentlich auch ganz cool an dem Format. Also wie gesagt, das hört sich alles super cool an. Weil im Format gewinnst du als Teilnehmer kein Geld als Reality-TV-Stars, sondern du gewinnst dieses Geld für einen deiner Follower auf Social Media. Wow. Sprich, wer dir auf Instagram folgt, ist automatisch im Lostop für den Gewinn. Und ja, eigentlich ganz cool. Du kannst halt deiner Community was zurückgeben dadurch. Du hast natürlich eine Grundgage, wie das in jedem Format ist, aber du hast halt nicht diese 50.000 oder 100.000 Gewinn, wie es in den anderen Formaten ist, sondern der Gewinn geht halt halt an Follower. Ja, eigentlich ganz geil. Und deswegen fand ich es ein bisschen schade. Ja, das ist natürlich auch toll. Mhm. Ja. Es ist natürlich auch ganz toll für die Teilnehmenden, weil natürlich dann auch ganz, weil die Followerzahl wahrscheinlich ja dann auch steigt mit jeder Folge. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Und sie halt auch eben ausrechnen, ja, dass sie da was gewinnen können. Ja. Aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung mit dem Cast, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber vom strategischen, vom Spiel-Ding her richtig geil. Und auch sehr, also ich habe mir das jetzt angeguckt, die ersten vier Folgen waren schon online. Ich glaube, alle drei Wochen kommen nochmal drei Folgen raus auf einmal. Das ist schon sehr unterhaltsam. Ne, also wie zum Beispiel Yassin, ich weiß nicht, wo der Herr ist, aus irgendeinem, auch so einem Love-Liebes-Format, der bändelt halt mit Jenny Elvers ran und macht dann halt gleich in der ersten Nacht mit Jenny Elvers irgendwie rum und schläft bei Dampet und so. Und du denkst dir so, um Gottes Willen, was ist hier los, ne? Ich muss aber auch sagen, diese ganzen... Gibt es irgendein Format, wo du gerne unbedingt mitmachen wollen würdest? Nicht mehr. Nachdem ich das jetzt gemacht habe, sage ich nein. Also wirklich, das war mir eine Lehre, weil du eben nicht weißt, wer da noch mitmacht. Das ist so ein bisschen unberechenbar. Wenn ich vorher weiß, wer wo mitmacht, dann würde ich schneller zu Formaten Ja sagen. Aber wenn du halt Gefahr läufst, dass da ganz viele Leute sind, auf die du keinen Bock hast, dann bist du so... Dann... Ich möchte mich halt nicht unwohl fühlen in einem Format, weißt du? Das ist mir... Da bin ich halt nicht mehr so... Meine Schmerzgrenze ist da nicht mehr allzu hoch. Aber würdest du nicht in den Dschungel gehen? Weil da ist ja die Anzahl der Leute weniger. Ja, genau. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass Dschungel und Promibibé so die zwei Formate waren, wo ich im letzten Jahr gesagt habe, könnte ich mir eventuell doch vorstellen. Würde ich in den Dschungel gehen? Schwierige Frage. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt Ja. Nachdem ich jetzt aber dieses Format gemacht habe, sage ich, ich weiß es nicht. Und du? Und wenn du jetzt... Nee, ich bin noch nicht fertig mit dir. Sekunde bitte. Was würdest du denn sagen, war dann quasi aus deiner Teilnahme jetzt dein Learning über dich selber? Mein Learning über mich selber ist, dass auch wenn ich eine Unterhaltungsmaschine bin und gerne entertaine, ist es schwer über meinen Schatten zu springen, wenn ich mich in der Gruppe unwohl fühle. Weil ich bin nicht die Person, die um jeden Preis um Screentime buhlt. Und das hast du bei diesen 50 Leuten, da hast du einen Großteil davon, die merken, okay, hier sind 50 Leute, damit ich Screentime bekomme in einer Stunde Sendezeit, muss ich hier jetzt Drama starten. Ich muss Intrigen schmieden, ich muss laut sein, ich muss mich kloppen, ich muss Leute beleidigen. Nee, das sind Werkzeuge, denen ich mich gar nicht bedienen möchte, um aufzufallen. Weißt du, ich habe viel lieber, wenn ich positiv auffalle, als dass ich durch so Machenschaften auffalle. Ich finde es total legitim, wenn sich innerhalb einer Staffel von so einem Format, wenn sich da irgendwie sowas entwickelt, dass man irgendwie jemanden nicht so cool findet und mit dem dann natürlich irgendwie nicht unbedingt einen Streit hat, aber halt so aneinander kommt. Das ist ja ganz menschlich, das gehört ja auch dazu, aber dass das forciert wird, weißt du, das finde ich ganz schwierig und das kann ich nicht. Und das ist ein Learning, das kann ich nicht und will ich auch nicht. Da bin ich mir selbst zu treu für. Ja. Ja. Macht das Sinn? Ich sehe dich auch nicht. Ja, total, ich sehe dich auch gar nicht in Konflikten oder in so Streitigkeiten und so. Dafür bist du ja viel zu friedlich gepolt. Also du gehörst ja zu den Leuten, wo ich mir sagen würde, wer sich mit dir streitet, das ist ja, was ist denn da los gewesen? Also da würde ich dir genau hingucken. Ja, aber verstehe ich total. Ich finde das auch eigentlich immer ganz spannend, weil wenn man so Situationen oder Erlebnisse hat im Leben, die dann manchmal unpassend waren oder unangenehm, was man da auch über sich selber lernen kann aus der Geschichte, weißt du? Finde ich immer ganz cool und am Ende des Tages, glaube ich, hat ja auch irgendwie alles immer so seinen Grund gehabt und du bist eine Erfahrung und Kenntnisse über dich selber reicher. Finde ich trotzdem schön, dass du es probiert hast. Ja, ich frage mich halt, wie die auf mich gekommen sind oder beziehungsweise wie, es kann ja auch gut sein, dass der Anruf bei meinem Management kam und die dann verschiedene Talents, haben die natürlich im Portfolio und dann haben die gesagt, ah ja, die Candy finden wir cool und da frage ich mich halt so, vielleicht brauchten sie auch so ein bisschen eine Balance, einen Ausgleich, jemand, der ein bisschen eine Vernunft mitbringt oder so, weißt du, dass sie nicht nur so laute Leute haben, ich weiß es nicht. Naja, du weißt ja auch, die versuchen natürlich ja auch immer inklusiv zu sein und diverse und blibblablub und ich glaube schon, dass es ganz oft Produzenten gibt, die sitzen dann halt am Tisch und besprechen den Cast und sagen sich dann, okay, wir brauchen jetzt davon welche, davon welche, von der Sorte und aus dem Regal welche. Wer bietet da was und manchmal bedienen sie sich ja auch an einem Portfolio von anderen Produktionen. Also ich glaube, wenn man dann auch noch der Meinung ist, dass derjenige gut Unterhaltung und Entertainment bringt, dann fragen die danach, ja, doch. Also weißt du zum Beispiel, wenn ich mir zum Beispiel das normale Big Brother angucke, nicht das Promi Big Brother, ich finde, dass das Casting dort sehr viel humaner ist, weil das, gerade wenn man sich die ersten zwei, drei Staffeln anguckt von Big Brother, die 20 Jahre alt sind inzwischen, das waren halt Menschen von an der Kasse, vom Supermarkt, von nebenan, da die Bankkauffrau und so, das waren Menschen, die nicht den Drang, Entschuldigung, hatten berühmt zu werden um jeden Preis, die unbedingt Follower wollten um jeden Preis, denn das gab es damals nicht, sondern das waren Leute, die Bock auf eine Herausforderung hatten und die Bock auf dieses Experiment hatten. Und die hatten da eben nicht so, die hatten kein großes Motiv in dieser Geschichte. Und das ist ja was, was sich in den letzten 20 Jahren durch Big Brother, das ja der Anfang von Reality-TV war, so geändert hat, dass Leute jetzt mit einem Motiv in diese Formate gehen, um so viel wie möglich für sich selbst rauszuholen. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil es das Ganze natürlich auch verfällt. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum diese Formate überhaupt den Titel Reality-TV tragen, denn das ist ja alles andere als die Wirklichkeit. Das ist ja keine Realität, was dort abgezeichnet wird. Auch diese Menschen sind ja nicht echt, so wie sie sind. Ich kann dir sagen, die Leute, die ich jetzt kennengelernt habe über dieses Format, die Hälfte davon, schwöre ich dir, ist, wenn die Kamera aus ist, ganz anders. Komplett anders. Ja, aber ich sehe das gar nicht so als Vorwurf, weil wenn ich weiß, dass eine Kamera auf mich gerichtet ist und ich Sendezeit bekomme, man mir also eine Plattform bietet und ich hatte ein Motiv, warum ich ja mitmache, also am Ende des Tages bin ich ja dann dafür da, um meine Karriere auch voranzubringen, dann glaube ich, muss ich schon irgendwie so funktionieren, dass sich der Zuschauer, auf welche Art auch immer, ja irgendwie unterhalten fühlt. Die Leute haben immer über Kim Virginia geschimpft, als sie im Dschungelcamp war und ich habe immer noch keine komplette Folge aus der letzten Staffel gesehen. Oh, mein Pullover ist voll mit Wasser. Aber am Ende des Tages habe ich mir gedacht, naja, am Ende ist das halt auch jemand, die unterhält dann wenigstens das Publikum und die sorgt dafür, dass es was zu sprechen gibt. Würden alle gelangweilt ums Lagerfeuer drumrum sitzen, wäre die Show ja auch irgendwie nicht geil, dann wird ja auch keiner mehr zuschalten. Also ich gehe schon davon aus, dass es Menschen gibt, die sind sich absolut bewusst darüber, wann sie Sendezeit nutzen und auch wie. Natürlich, aber du kannst über Lügen, Intrigen und Lästerei unterhalten. Du kannst aber auch smart unterhalten durch Scham und Witz und einen gewissen Intellekt, weißt du. Das sind halt, und ich möchte vielen Leuten unterstellen, dass sie eher in der ersten Kategorie sind, als in der zweiten, wenn sie in so einem Format mitmachen. Ja, aber solche Formate sind ja auch nicht dafür da, um Menschen irgendwie auf niveauvolle Art und Weise intellektuell zu unterhalten. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir diese Formate mit diesen körperlichen Herausforderungen, mit diesen strategischen Sachen, die du brauchst in den Spielen und das aber mit Leuten, die einen gewissen Charme und Witz und Intellekt mitbringen und denen es nicht um Krawall geht, sondern darum, mit Mehrwert zu unterhalten. Weißt du, das finde ich so geil. Das fehlt mir so ein bisschen. Naja, es gab ja die Neuauflage von Squid Games auf Netflix, wo sie ja normale Menschen von der Straße genommen haben und haben ja eins zu eins alle Spiele nachgestellt. Diese Sendung gibt es ja. Und das waren ja auch wirklich teilweise sehr, sehr pfiffige Leute, die aus der Physik, Mathematik und so weiter aus Naturwissenschaften kamen und dann halt eben auch mit dieser Expertise diese Spiele überwältigt haben. Ich glaube trotzdem, dass die deutsche Fernsehlandschaft dafür nicht mehr gemacht ist. Würde Alfred Biolek noch leben? Ich liebe ja Alfred Biolek. Ich finde ihn ja ganz toll. Der Herrgott des deutschen Fernsehens, meiner Meinung nach. Würde der noch leben? Der würde kotzen den ganzen Tag. Er ist ja ein großer Verfechter davon gewesen, dass Menschen nicht in die Medien dürfen, die offiziell in Anführungsstrichen nichts können. Ich glaube aber, dass all diese Formate nicht dafür gemacht sind, um irgendwie mit einer gewissen Art und Weise von Stil die Leute zu unterhalten. Aber am Ende kannst du der ganzen Medienlandschaft auch nicht böse sein, weil der Bedarf bestimmt das Angebot. Das ist halt das, was gefragt wird. Genau. Das ist gefragt. Du kennst die Menschen, die lesen keine Bücher mehr, die gucken sich Trash-TV an. Ja, die gucken sich irgendeinen Quatsch an, für das du keinerlei Qualifikationen brauchst. Und wenn du sie dann nach irgendetwas fragst, wenn du sagst, zähl mal alle Bundesländer von Nord nach Süd auf, dann krepieren die da alle dran. Und mein Vorwurf ist, würdest du sie allerdings fragen, wer ist Darstellerin XY und in welcher Folge Love Island hat die mitgemacht, können dir das mehr Menschen beantworten, als alle Bundesländer aufzuzählen. Ich übertreibe es jetzt natürlich, das ist eine ganz überspitzte Haltung, die ich davon mir gebe. Aber das ist halt eben so, wie es jetzt gerade funktioniert. Und ich habe mir auch schon oft überlegt, ob es Fernsehformate gäbe, an denen ich noch gerne teilnehmen würde. Aber ich würde ganz, ganz arg deutschwer darauf achten, dass das kein, nicht so ein Schrott-TV ist, weil ich hätte da auch ein großes Problem mit. Also Dschungel und Promi-BB, was sagst du? Doch, würdest du machen. Ich wollte, nein, ich wollte früher immer ins Dschungelcamp. Ich wollte unbedingt ins Dschungelcamp. Und dann, als es irgendwann so weit war, wollte ich dann nicht mehr, weil ich einfach mit dem Surrounding nicht mehr zufrieden gewesen bin. Natürlich behalte ich immer im Hinterkopf, dass das eine tolle Plattform ist und das wäre es natürlich auch für meine Companies und für mich und meine Karriere. Die Frage ist halt nur, zu welchem Preis und was ich eigentlich noch schaffen möchte. Es ist ja eigentlich alles da, was ich mir wünsche. Und ich würde bei diesen Sachen nicht mitmachen, weil erstens mir die Gage nicht reicht, im Sinne von meinen Betriebsausfall, den könnte keiner deckeln. Und ich hätte Angst, dass meine eigentliche Berufung, du darfst nicht vergessen, wenn ich Vorträge halte an einer Fachhochschule, die mich ja immer noch als freie Dozentin buchen, die würden mich danach nicht mehr buchen, weil das an meiner Kredibilität kratzen würde. Und ich bin nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Dafür habe ich zu viel getan, dass das alles geschehen durfte. Und deswegen glaube ich, würde ich da nicht mehr dran teilnehmen. Aber glaubst du nicht, dass es inzwischen, also ich habe das Gefühl, gerade sowas wie der Dschungel, das ist das, was du draus machst am Ende. Weil am Anfang hatte ich auch immer Angst, dass man dann so den Trash-Stempel drauf hat, wenn man bei sowas mitmacht. Aber inzwischen denke ich, es kommt halt darauf an, wie du dich selbst drin irgendwie gibst. Wenn du eine Lucy zum Beispiel, also alle lieben Lucy und jetzt noch mehr nach dem Dschungel. Also ich glaube nicht, dass das der irgendwie einen Zacken aus der Krone gebrochen hat, jetzt dass sie da mitgemacht hat. Aber ihr Motiv war auch ein anderes. Also ohne ihr zu nahe zu treten, sie hat ja auch nichts zu verlieren. Naja. Was denn? Was denn? Naja, also die New Angels sind ja schon ein großer Name. Und da ist sie ja ein Teil davon. Ich frage dich jetzt wirklich, was hatte sie zu verlieren, ganz konkret? Die New Angels existieren in der Form nicht mehr. Sie hatte ja anscheinend Geldprobleme. Da hat sie ja drüber gesprochen, dass es ihr finanziell nicht gut geht. Das heißt, ihr Motiv war ja in erster Linie Geld. Aber so viel ist das ja nicht beim Dschungel. Du kriegst ja irgendwas zwischen 50... Na, es geht nicht um das Geld, was du da verdienst. Es geht ja um die Folgeaufträge. Und ich kenne einige, die haben sehr, sehr gut danach davon profitiert. Und bei mir ist es so, mein Motiv wäre kein Geld, weil genug Geld da ist. Wie gesagt, ich hätte mehr Verlust, wenn ich da drinne wäre. Natürlich schmeckt das Geld, was danach in die Kasse käme, auch ganz gut. Aber ich hätte einfach ein zu großes Risiko. Ich müsste ja wirklich nur mal einen Fehltritt mir erlauben, weil ich in 10, 14 Tagen glaube, die Kameras zu vergessen. Was ich da aufs Spiel setzen würde, das wäre ganz, ganz übel und böse. Ich habe zu viel Verantwortung mit Leuten. Und das würde ich den Menschen nicht zumuten wollen. Das hat eine Lucy wahrscheinlich nicht. Die hat nicht irgendwie 10, 30, 50 Mitarbeiter, die sie durchfüttern muss. Und wenn sie da einen falschen Spruch macht, muss sie drei Wochen später die Leute entlassen, weil ihre Firmen zusammenbrechen. Also ich glaube nicht, dass eine Lucy da so viel zu verlieren hat. Okay, okay, ich verstehe, was du sagen möchtest. Der Rattenschwanz ist zu lang. Sag mal, wofür brauchst du eigentlich ein E-Bike? Kommen wir zum Thema E-Bike. Vom Dschungel aufs E-Bike. Also, ich wohne ja sehr stadtnah. Und ich kann ja auch zu Fuß in die Stadt gehen. Aber das ist auf jeden Fall ein Marsch, muss man einfach sagen. Und das wäre die ideale Strecke fürs Auto. Bin ich zu schnell in der Stadt. Zu Fuß ist es manchmal ein bisschen zu lang. Und fürs Fahrrad wäre das optimal. Und ein normales Rad? Ohne Elektro? Um zu mir nach Hause zu kommen, dafür musst du schon recht sportlich sein. Das, glaube ich, reicht erstmal als Auskunft. Und deswegen wäre da ein E-Bike schon ganz angebracht. Außerdem halte ich ein E-Bike einfach für modern und für eine schöne Alternative. Weil, warum denn entspannt? Also, warum anstrengend, wenn er entspannt geht? Ich habe keinen Bock, irgendwo durchgeschwitzt anzukommen. Das ist dann nicht mehr mein Vibe, weißt du? Dann kann man ja auch eine Vespa holen. Das sehe ich aber bei dir. Aber dann werden die Haare so kaputt vom Helm. Ich würde aber auch beim Fahrradfahren einen Helm anziehen. Das Gespräch hatte ich neulich schon wieder. Ich fahre doch nicht ohne Helm, Fahrrad. Aber bei euch auch, was soll denn da passieren? Mit dem E-Bike, das hat schon Speed drauf. Da muss man ja nur mein Auto von links reinfahren. Da knalle ich auf den Boden und bin querschnittsgelähmt. Ich habe da keine Lust drauf. Ich ziehe mir einen Helm an. Ich finde es ja schon so gruselig, dass ich Inline skate ohne Helm. Weil wenn du rückwärts, du kannst wegrutschen und knallst auf den Hinterkopf. Dann ist aber vorbei. Dann musst du mich mit der Schnabeltasse füttern, bis ich 85 bin. Und da hat keiner Bock drauf. Nee, da gibt es auch niemanden, der das macht. Dein Bruder. Genau. Genau, dann sage ich, du hör mal, ihr habt nicht nur ein Kleinkind. Jetzt könnt ihr auch noch der IS-Geschirr mit mir teilen. Also, und den Hochstuhl. Oh Gott. Das machen wir nicht. Da haben wir gar keinen Bock drauf. Auf keinen Fall. Nee, nee, lass mal. Hast du ein Fahrrad? Ich hatte ein Mietfahrrad, so eins, wo du irgendwie 20 Euro im Monat zahlst. Ja. Genau. Aber das ist mir schon zweimal geklaut worden. Ja, ich bin gerne Fahrrad gefahren. Ich mag das gerade in Berlin. Das ist ja auch super einfach, weil ja jede Straße hat einen ganz breiten Fahrradweg. Du kommst ja wirklich sehr gut von A nach B mit dem Fahrrad. Und nachdem ich ja mein Auto abgeben musste Ende letzten Jahres, fand ich das eine gute Alternative. Aber es ist mir tatsächlich zweimal geklaut worden hier. Einmal aus dem Hinterhof raus. Also wirklich, die mussten ins Haus, in den Hinterhof und haben es da aus dem Hinterhof geklaut. Und es war doppelt abgeschlossen. Und einmal stand es vor dem Haus für einen Tag, auch geklaut worden. Und ich glaube, dass bei diesen Mietfahrrädern, die heißen Swapfeeds bei uns, die kommen ja aus den Niederlanden, gibt es ja in ganz vielen Städten in Deutschland inzwischen. Die sehen ja alle exakt gleich aus. Dementsprechend, wenn die geklaut werden, kannst du halt nicht nachvollziehen, ob das deins ist, weil es nichts hat, was es einmalig macht. Du kannst ja dein Fahrrad irgendwie markieren oder lustig lackieren, keine Ahnung was, damit du weißt, das ist mein Fahrrad. Aber die sehen ja alle gleich aus. Dementsprechend, wenn die geklaut werden und wieder verkauft werden, hast du keine Ahnung, weil die alle exakt gleich sind. Deswegen werden die so viel geklaut. Und deswegen habe ich jetzt kein Fahrrad mehr. Und wenn wir jetzt umziehen in den nächsten Wochen, dann in den USA werde ich auch safe kein Fahrrad. Also in L.A., du kannst ja gar nicht Fahrrad fahren da. Das geht nicht. Die Stadt ist nicht ausgelegt dafür. Was ich gerne mache, ist Inliner fahren auch. Also genauso wie du. Ja, wir haben so, wenn man eine Stunde rausfährt bei uns in, wie heißen das, Flemming. Da ist eine richtig tolle Inline-Strecke. Die hat keine Ahnung wie viele, 20, 30 Kilometer oder so. Und das ist der beste Ter mitten in der Natur. Da fährst du durch die Kühe durch. Da fährst du über Flüsse, über Bächlein. Das ist richtig geil. Und das mache ich gerne. Aber da musst du erst mal eine Stunde rausfahren mit dem Auto. Wow. Ja, ich liebe das ja auch mit dem Skaten. Ich liebe, 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 liebe das ja total. Ich finde das ja großartig. Richtig schön. Ja, müssen wir mal zusammenfahren. Ja, ich wollte ja sowieso noch nach Koblenz. Die müssen wir noch machen. Aber wann bist du jetzt weg? Nächste Woche fährst du im Urlaub, ne? Also ich reise jetzt gleich ab, weil ich jetzt noch Shows habe und am kommenden Sonntag fliege ich ja schon nach London. Also diese Woche? Mhm. Und dann bist du drei, vier, fünf Tage weg? Mhm. Okay, super. Du, uns hat noch eine Nachricht erreicht, wenn wir schon von Fahrrädern sprechen. Ähm, unser kleiner Hilfs-Sheriff von letzter Folge, ne? Der, ähm, der Strafzettel verteilt hat. Der ist ja in aller Munde. Es geht ja durch ganz Deutschland aktuell. Wie heißt er nochmal? Nikolai Mattei oder Mattei, Mattei. Gott sei Dank. Genau, uns haben viele Nachrichten erreicht und da muss ich kurz drüber überlegen, was ich da jetzt dazu sage, dass man doch bitte auch die Möglichkeit im Hinterkopf behalten soll, dass er eventuell auf dem Autistenspektrum sei. Und dass seine Hyperfixierung auf diese Regelkonformität und sowas rechtfertigen würde, dann habe ich drüber nachgedacht, ja okay, das kann sehr gut sein, eventuell ist das so, aber auch dann hat doch dieser junge Mann eine gewisse Art und Weise von sozialem Miteinander über seine Eltern. Das weiß ich nicht, ob das beim Autismus immer so ist. Ich kenne mich damit der Diagnose nicht aus und ich würde das nicht beschwören wollen. Aber die Eltern können doch sagen, so nicht. Die Eltern können doch sagen, das machen wir jetzt mal nicht, das macht man nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ich kenne mich damit nicht aus, ich möchte damit jetzt auch niemandem zu nahe treten. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn Menschen autistisch irgendwie, ja, da mit zu tun haben oder Asperger oder irgendwie so. Ich weiß nicht, wie beeinflussbar das Ganze ist und so, aber das ist eine Möglichkeit, an die ich jetzt nicht gedacht habe. Ich auch nicht. Kann natürlich sein, mach die Situation jetzt aber nicht besser, um das mal so zu sagen. Das bewegt jetzt nicht das Problem. Ganz genau, und das war auch mein Fazit. Also, ist leider so, ja, das stimmt schon. Du hast vorhin ein Thema angesprochen mit Selbstbewusstsein und ich kann dir sagen, fast jede zweite Nachricht auf unserem Social Media Kanal bei Teufels Küche hat immer mit Selbstbewusstsein zu tun. Die Leute wollen immer, dass man über Selbstbewusstsein spricht und ich finde das so spannend, dass das ein Thema ist, das so viele Leute mit sich tragen, dass sie sagen, sie haben nicht das Selbstbewusstsein, das sie gerne hätten. Und dass sie in Leuten wie dir und mir zum Beispiel Vorbilder sehen, wenn es um Selbstbewusstsein geht. Und ich finde das super spannend, weil wir ja auch schon darüber gesprochen haben, dass unser Selbstbewusstsein nichts ist, was uns in die Wiege gelegt worden ist, weil wir ja auch wirklich durch die Scheiße gehen mussten erst mal. Und auch immer noch tagtäglich gehen in verschiedenen Situationen, wo wir irgendwie dumm angeguckt werden, dumm angepöbelt werden, diskriminiert werden, all diese Sachen. Und das nagt an einem. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass ich per se ein sehr selbstbewusster Mensch bin. Ich glaube, dass ich mir das habe aneignen müssen, um überhaupt zu überleben, ein gewisses Selbstbewusstsein, weißt du, um nicht zugrunde zu gehen an all der Negativität, die mir immer entgegenkommt. Ich finde, ich glaube, dass ich als Kind sehr selbstbewusst war und mir das aber wieder genommen wurde in der Schule. In dem Moment, wo mir gesagt worden ist, du bist anders, du bist nicht richtig so. Und das hat viel an mir genagt. Aber ja, ich musste mir das selbst auch beibringen, auf jeden Fall. Wie war das bei dir? Also ich weiß das, dass das die Menschen immer sehr interessiert, zu fragen wie Selbstbewusstsein und Selbstwert und so. Ich habe ja auch in den Shows darüber gesprochen, dass der Mensch natürlich mit einem Selbstwert auf die Welt kommt. Es kommt kein Kind auf die Welt und findet sich selber scheiße. Da sorgen dann andere dafür, dass man das irgendwann lernt. Das nennt man ja dann wieder Scham. Das sind wir beim gleichen Thema von der letzten Folge. Und die Frage ist ja auch immer herauszufinden, an welchem Punkt im Leben habe ich gelernt, dass ich nicht selbstbewusst sein darf, beziehungsweise dass ich nicht ausreichend bin oder andere besser sind. Das muss sich ja mal jeder hinterfragen. Und ich glaube, ich habe irgendwann verstanden, dass wenn ich nicht für mich einstehe und mich selber nicht gut finde und somit halt eben auch meine Grenzen aufzeige und nein sage, das ist ja irgendwie alles miteinander verknüpft, dann schalten und walten irgendwann fremde Menschen über mich. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und es geht gar nicht darum, irgendwie mit der Brechstange oder mit 200 kmh durch eine 30er-Zone zu brettern, sondern eher darum, sich selber darüber bewusst zu sein, wer man ist, wer man nicht ist, was man kann und was man nicht so gut kann und damit auch echt fein zu sein. Ich glaube, es gibt keinen Menschen und da nehme ich dich und mich ja auch mit rein, die sich jeden Tag von morgens bis abends gut finden und auch selbstbewusst sind. Wir hatten ja gerade das Thema, dass du dich schwer unwohl gefühlt hast bei dieser Showproduktion. Da hatte ich ja dann auch das Selbstbewusstsein verlassen und diese Phasen sind normal. Ich glaube aber, dass das, was es anschließend mit einem macht, ist Ausschlaggebend. Wenn es sich jetzt nicht noch monatelang verfolgt, ist alles okay. Aber grundsätzlich interessiert das viele Menschen. Ich glaube, weil die Menschen langsam auf den Trichter kommen, dass, wenn sie nicht für sich selber einstehen, macht das Leben nicht so viel Spaß. Und ich halte das für absolut notwendig, sich zu motivieren, daran zu feilen. Aber mein Geheimtipp ist immer, weil der bei mir wunderbar funktioniert, zwischendurch, wenn ich nicht selbstbewusst bin, tue ich einfach so. Und dann kaufe ich mir die Scheiße am Ende ab. Ich tue manchmal so, als wenn ich der Mittelpunkt der Gesellschaft bin, als wenn ich fabelhaft bin, obwohl mir innerlich die Knie schlottern. Und ich kaufe mir die Nummer selber ab. Und das ist meine Strategie geworden. Fake it till you make it, ne? Absolut. 100 Prozent. Ähnlich ist es bei mir auch so. Das ist, ähm, und es ist total interessant, dass ich in Situationen, wo Leute glauben, da braucht man ganz viel Selbstbewusstsein. Gerade in unserem Job, wenn man zum Beispiel auf die Bühne geht, wenn man ins Fernsehen geht, wenn man Interviews gibt, da denken die Leute, wow, ist die selbstbewusst, dass sie das kann. Und das ist das, wo ich am wenigsten Selbstbewusstsein brauche. Das ist nur Job. Das ist nur Job. Selbstbewusstsein brauche ich draußen im Alltag. Selbstbewusstsein brauche ich im Umgang mit Menschen. Selbstbewusstsein brauche ich bei meinem Weg ins Fitnessstudio, brauche ich an der Handelbank, da brauche ich das Selbstbewusstsein. Und da ist, oder früher habe ich auch schon mal erzählt, als ich angefangen habe mit Make-up, ich brauchte, ich musste das Selbstbewusstsein erlernen, an das Make-up-Regal zu gehen als Mann und mich dort nicht zu schämen. Also Scham abzulegen. Scham abzulegen bedeutet Selbstbewusstsein aufbauen. Und wie gesagt, das ist ja seit Wochen auch schon dein Thema mit der Scham. Ich glaube wirklich, hinterfragt euch mal, wo fühlt ihr euch nicht selbstbewusst und warum fühlt ihr euch gerade nicht selbstbewusst? Ihr kommt immer wieder auf das Thema zurück, dass ihr schambehaftet seid in den Situationen, wo ihr kein Selbstbewusstsein fühlt. Und dann überlegt mal einen Moment, warum schäme ich mich? Das ist doch eigentlich totaler Quatsch. Geht aus eurer Komfortzone raus, legt die Scham ab und das tut weh. Das ist total unangenehm. Aber danach hat man so ein bisschen im Gehirn, im Belohnungszentrum, das ist total am Randalieren danach, wenn du einmal die Scham abgelegt hast. Da freust du dich, da hast du so ein richtiges Glücksgefühl auf einmal in dir, weil du denkst, geil, geht doch, warum habe ich mir so einen Kopf gemacht? Und das musst du aber immer wieder machen, das reicht nicht einmal, das geht nicht von heute auf morgen. Ja, das ist das Schöne am Gehirn. Ein Gehirn ist ja programmiert und man kann sich richtig gut umprogrammieren. Ich habe das am dollsten gelernt in meiner Therapie bezüglich meines Essverhaltens. Jedes Mal, wenn ich mein altes Verhalten in kleinen Schritten ändere, ist das eine winzig kleine Programmierung in eine neue Richtung. Und auf lange Zeit gesehen strukturiert sich das komplette Gehirn noch einmal um. Und das funktioniert wirklich. Und mein Anspruch ist immer, immer wenn jemand nicht selbstbewusst ist, versuch mal eine Gegenthese aufzustellen, warum du dich jetzt gerade schämen solltest oder warum du jetzt gerade nicht selbstbewusst sein darfst. Und die meisten Leute finden gar kein Argument dafür. Es ist also alles nur ein Hirngespenst. Dieses klassische Beispiel von der Frau, die glaubt, sie ist zu dick und sich nicht traut, ins Freibad zu gehen im Bikini bei 35 Grad. Frag dich doch einfach mal genau, was dagegen spricht. Du glaubst, dass die Leute dich auslassen, auslachen. Wahrscheinlich tut das niemand. Und wenn es einer ist, der ist ja gar nicht auf deiner, der steht ja gar nicht auf deiner Liste. Also was glaube ich denn eigentlich selber mittlerweile, was auf mich zutrifft, obwohl es gar nicht der Realität entspricht? Eines der schönsten Sätze, die ich je gehört habe, war, über die Hälfte unserer Gedanken entspricht nicht der Wahrheit. Entspricht nicht der Wahrheit. Und ich habe neulich ein Forschungsergebnis gesehen. Unser Gehirn kann nicht entscheiden, ob ein Erlebnis tatsächlich passiert oder ob wir es uns nur vorstellen. Das Gehirn merkt das nicht. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich sitze am Strand und die Sonne scheint und es herrscht paradiesische Meerluft. Wenn ich mich da richtig reinsteigere in den Gedanken, empfindet das Gehirn das ganz genauso wie eine Realität. Also wir sind gar nicht so komplex aufgebaut und sich das einfach alles mal zu verinnerlichen, kann eine Hilfe dabei sein, selbstbewusster zu werden. Was mir auch geholfen hat, war irgendwann zu verstehen, dass die Person, die ich oder das Kind und der jugendliche Mensch, der ich bin oder der ich war damals, bevor ich erwachsen war, das ist der Charakter, den du dort entwickelst, der ist ganz viel fremdbestimmt. Weil du dort natürlich noch ganz viel Erziehung mitbekommst, noch ganz viel sozialen Druck, ganz viel von außen, außen, außen. Du wirst von außen zu der Person gemacht, die du bist. Die Umstände, in denen du groß wirst, die Umstände, in denen du lebst, die prägen ein bisschen deinen Charakter. Und irgendwann habe ich verstanden, dass mein Glück nicht von anderen Menschen abhängig ist, sondern von mir selbst. Und dass die Person, die ich bin, nicht von anderen geformt werden sollte, sondern nur von mir selbst. Oder so weit möglich, wie es geht, nur von mir selbst. Und als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, Moment, ich möchte jetzt kompromisslos einfach so sein, wie ich sein möchte, nicht so, wie die Gesellschaft mich gemacht hat. Die Gesellschaft hat mich dahin erzogen, dass ich nicht zu meiner Sexualität stehe, dass ich versuche, maskulin zu sein, dass ich mich zurückhalte. Und all die Sachen, die eigentlich wieder meiner Natur waren, aber das ist die Person, die meine Umstände aus mir gemacht haben damals. Und mein wahres Ich, das trotzdem in mir war, konnte nicht raus. Und ab dem Moment, wo ich das verstanden habe, dass die Meinung von anderen Leuten überhaupt nicht zählt und ich der Charakter sein kann, der ich sein möchte, ab dem Moment habe ich angefangen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Man muss sich, das ist ja, steckt ja im Wort, sei dir deiner selbst bewusst. Sei dir bewusst, wer du bist und wer du sein möchtest, nicht wer andere von dir möchten, dass du bist. Selbstbewusst, dann bist du selbstbewusst. So habe ich das irgendwann gelernt, ja. Nicolette, lass uns ins Dessert. Ich möchte mit dir noch über Kate Middleton sprechen. Die ist ja abgehauen, die ist verschwunden. Und du als royale Expertin, als UK-Import-Export-Schlager. Ich gucke jetzt am Sonntag mal nach ihr nach. Ja, ich bitte drum. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, ganz viele haben noch nicht ganz verstanden, was sie überhaupt mit diesem Dessert auf sich hat. Nicolette und ich, wir verlängern jetzt nochmal die Folge um 30 Minuten. Das ist ein Abo für 3,99. Schaut mal in unsere Shownotes, schaut mal bei uns am Instagram, dass das alles erklärt. Für diesen kleinen Obolus bekommt ihr ein kleines bisschen mehr Teufelsküche und dürft auch schon Donnerstags reinhören statt Freitags. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüssi.